Ja, du kennst das vielleicht, du liegst hier kurz vor dem Grün, du möchtest auf eine kurz gesteckte Fahne spielen und du stehst dich hin und machst dann einen eher bescheidenen Schlag, triffst den Ball vielleicht überhaupt nicht ordentlich oder wenn du ihn triffst, geht er viel zu weit und du hast gar keine Chance mehr, dein Paar zu retten. Ja, und das machen die Golfprofis sehr, sehr fein in der Regel, mit sehr viel Gefühl und was auffallend ist, dass wenn sie den Ball spielen, dass der aufkommt und so ein bisschen, als ob er Superkleber oben hätte, das sich so einbremst und dann langsam zur Fahne ausrollt und das ist natürlich ein Schlag, der sehr, sehr verlässlich ist für diese Profis und natürlich über das Jahr eine Menge Schläger spart und über das möchte ich jetzt mit dir sprechen, wie man da spielt. Nummer 1, wenn wir anfangen, so einen Schlag zu spielen, müssen wir uns als alles erstes mal das Material anschauen. Du brauchst auf alle Fälle ein Sandwedge oder Lobwedge, ist jetzt nicht so wichtig, 58 Grad, 54 Grad, 56 Grad, das funktioniert alles, aber es ist gut, wenn es neu ist, also die Grooves neu sind, die Grooves nicht abgespielt sind und du ein bisschen eine Reibung bekommst. Da hast du die Chance, dass der Ball am meisten Rückwärtsdrahl bekommt, wenn die Grooves abgespielt sind und auch häufig sind es auch Sandwedges, die in einer Serie drin sind, also keine Spezial-Sandwedges oder keine Spezial-Sandwedges, die haben auch häufig eher Oberflächen hier, die nicht so gut greifen und da wäre es dann besser, wenn du vielleicht allalong dir ein neues Wedge besorgst, beziehungsweise ein Wedge mit einem ordentlichen Groove-Profil. Da gibt es ja einiges im Fachhandel. Wesentlich ist es auch, welchen Ball du spielst. Es ist nicht egal, wie die Schale ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Premium-Ball und wenn du jetzt hier mir zuhörst beim Päppeln, vielleicht hört man das durch das Mikrofon, ist das ein sehr weicher Klang hier. Und ich spüre auch beim Päppeln, dass das ganz, ganz weich sich anfühlt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen sehr harten Range-Ball, der sich auch nicht schlecht anfühlt, aber er ist doch wesentlich härter, er springt wesentlich höher. Vielleicht kannst du das jetzt auch durch das Mikrofon hören. Und ich werde sofort merken, wenn ich bereits diesen Ball päppel, dass da nicht viel Rückwärtsstrahl entstehen kann. Und tatsächlich ist es so, diese Bälle hier, mit denen ich hier auf der Range spiele, die haben etwas weniger Spin als ein normaler Premium-Ball. Das heißt, wenn du optimalen Backspin erreichen willst, ist unbedingt notwendig, ein Premium-Ball mit einem guten Wedge, dann hast du schon mal die Voraussetzung, ja überhaupt einen Backspin zu erzeugen, beziehungsweise einen Ball so zu spielen, dass er gut greifen kann am Grün. Als nächstes müssen wir uns die Unterlage anschauen, auf der der Ball liegt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein tiefgemähtes Ferbe hast, so wie hier ungefähr, dann kommt beim Kontakt zwischen dem Ball und der Schlagfläche in der Regel sehr, sehr wenig Gras dazwischen und anderer Schmutz. Das erhöht natürlich die Reibung zwischen Ball und der Schlagfläche. Und das sind auch tatsächlich dann diese Chips oder kleine Finesse-Schläge, so wie ich sie ganz gerne nenne, wo du am meisten, ja, am meisten Rückwärtsdrahl hast, wo der Ball richtig so schön am Grün so leicht kleben bleibt, wenn er aufkommt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen Gras dazwischen hast, ich lege zum Beispiel den Ball hierher, habe ein paar Grashalme dazwischen, das wirst du hier in der Kamera nicht sehen, aber das musst du mir jetzt einfach glauben. Und wenn ich jetzt hier spielen würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen Gras dazwischen bekommen und das wäre nicht optimal. Und natürlich, wenn du in einem Semi-Raf bist, wo das Gras höher ist, dann musst du damit rechnen, dass der Ball ohnehin höher rauskommt mit weniger Rückwärtsdrahl und das auf alle Fälle wird zu keinem spinnigen Schlag führen. Das heißt, du kannst es nicht bei jeder Oberfläche machen. Du kannst es auch übrigens nicht machen, wenn es nass ist, also wenn der Boden nass ist, zum Beispiel Tau oder Regen, dann ist es auch sehr schwierig, einen Backspin zu erzeugen. Ich habe jetzt übrigens letzte Woche mal ein Turnier gespielt, sehr unerfolgreich allerdings, aber ich habe jetzt zum Beispiel das erlebt, da hat es geregnet, ganz, ganz stark. Ich hatte einen 60-Meter-Schlag und als ich meinen normalen 60-Meter-Schwung gemacht habe, ich kann das ja ganz gut ansteuern normalerweise, ob der Ball 60 Meter pflegt oder 55 oder 65, da war zwischen dem Ball und der Schlagfläche im Gras eben Wasser und mein Ball ging fast 15 Meter länger im Regen, als ich es normalerweise gewohnt bin. Ich hatte noch das Glück, oder Pech, dass ich da auch noch einen Sprinkel erwischt habe und mein Ball war überhaupt 40 Meter hinterm Grün. Das kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Aber hätte ich besser aufgepasst, dann wäre ich auf die Idee gekommen, dass der Ball etwas höher weggeht, mit weniger Rückwärtsstrahl und dadurch kann ich schon bereits im Vorfeld ein wenig planen, was mit dem Ball passieren wird. Aber ich stehe jetzt hier auf einer perfekten Fläche, tief runtergemäht, mit einem Premium Ball, mit einem Premium Wedge. Die Grubs könnten ein bisschen sauberer sein, aber ich glaube, es ist gut genug. Und jetzt könnten wir sagen, okay, jetzt habe ich die Voraussetzung, überhaupt so einen Schlag auszuführen. Jetzt ist es so, wenn ich diesen Schlag jetzt ausführe, brauche ich ein wenig Technik. Und wenn ich mich jetzt hinstelle, würde ich sagen, dass du den Ball ungefähr in der Mitte hinlegst. Das ist ein ganz guter Ort. Ich mag ganz gern, dass so zwei Schlierköpfe hier zwischen den Füßen Platz haben. Ein bis zwei Schlierköpfe. Und ich gebe jetzt hier wirklich nichts her beim Ansprechen. Damit meine ich, dass ich den Schlagkopf wirklich direkt hinter dem Ball hinlege. Ich habe auch kein Problem mit dem Ball, das ist ein bisschen zittert. Das heißt, oszillieren, das ist in der Regel nicht verboten. Ich möchte nur nicht zu viel Platz zwischen Schläger und Ball lassen, weil ich sonst eventuell ein Gras dazwischen bekomme. Also ich gehe wirklich ganz knapp hin. Also keine Angst vor ein bisschen Berührung. Ich gehe da mit dem Oberkörper auch ein bisschen nach links, weil ich möchte auch den Ball trotzdem bei so einem Backspin-Schlag ein wenig in der Abwärtsbewegung treffen. Und ich möchte auch den Boden treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich möchte einen negativen Eintreffinkel haben. Ich möchte den Ball schon ein bisschen in der Abwärtsbewegung treffen. Stark abwärts? Nein, das nicht. Deswegen habe ich den Ball auch nicht beim rechten Fuß liegen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst. Dann wird der Eintreffinkel viel zu steil. Und noch ein Problem gibt es, wenn der Ball vom rechten Fuß gespielt wird. Du wirst den Loft verlieren. Und wenn du den Loft verlierst, dann verlierst du auch Backspin. Backspin ist ja nichts anderes als Spin Loft. Ein furchtbar kompliziertes Wort. Aber es bedeutet nichts anderes, als dass ich einen Eintreffinkel habe hier, der hinunter geht. Und hier habe ich dann einen dynamischen Loft. Und diese Schere hier zwischen dem dynamischen Loft und dem Eintreffinkel nennt man den Spin Loft. Und wenn der bei ca. 45 Grad ist, dann habe ich optimalen Backspin. Das heißt, normalerweise in der Praxis schaut das dann so aus, dass ich eben nicht den Schläger zu weit nach links gebe, sondern nur leicht nach links. Ball, wie gesagt, in der Mitte. Und ich kann auch die Schlagfläche vielleicht so ein paar Grad öffnen, zwei, drei, vier Grad öffnen. Das schadet auch überhaupt nicht. Und dann bekomme ich in der Regel einen optimalen Spin Loft. Dann habe ich genug Loft, dass ich Backspin erzeuge. Und das wird mir dann eben auch sehr helfen, dass der Ball eben am grünen Pitten bleibt. Der Ball hat sich sehr gut eingedreht hier. Ich habe richtig gemerkt, wie da etwas drauf war. Ein Backspin. Und was du auch verstehen solltest, ist, dass du eine gewisse Beschleunigung brauchst. Also du darfst nicht irgendwie hier langsam werden, hier unten vorsichtig stehen bleiben, sondern ich gehe schon her und beschleunige hier ein bisschen. Ich bürste so quasi den Boden, kann man sich vorstellen. Und wenn ich das da mache hier, bekomme ich wieder einen sehr guten, sauberen Kontakt, wo der Ball richtig so ein bisschen Saft drauf hat. Das ist ein bisschen Juice, wie wir sagen im Englischen, also Backspin. Und man muss jetzt schon ein bisschen Mut haben, auch hier ein bisschen zu beschleunigen. Was die meisten Hobbygolfer falsch machen, ist, dass sie Angst haben, dass der viel zu weit geht und dann beginnen sie herunterzubremsen. Häufig holen sie auch viel zu weit aus für solche Schläge. Muss man gar nicht. Aber wichtig ist, dass du eben einen sehr mutigen Kontakt machst. Noch etwas ist sehr entscheidend für den Backspin bei diesen Schlägen in meinen Augen. Und zwar, das ist der Release des Schlägers. Wenn ich den Schläger leicht nach links geneigt habe im Start und ich beginne im Schwung, durch die Bewegung, diese Scharfneigung nach links zu erhöhen, also es ist mehr nach links geneigt als am Start, dann ist es meistens so, dass der Loft verschwindet, also der dynamische Loft hier verschwindet und man weniger Backspin bekommt, weil eben dieser Spin-Loft verschwindet. Und das gibt meistens Bälle, die flacher rauskommen und weniger Rückwärtsstrahl haben. Am besten finde ich, dass der Backspin kommt, wenn man eben diese Scharfneigen leicht nach links hat, ausholt und ungefähr wieder auf dieselbe Stelle kommt und dann schnell mit dem Schlierkopf hier die Hände übernimmt. Man sagt dazu im Englischen Overtaking. Und ich finde das ein schönes Wort. Man übernimmt mit dem Schlierkopf die Hände. Und hier ist das Timing sehr, sehr kritisch. Und zwar, man möchte hier auf keinen Fall zu früh damit beginnen, weil dann wäre es eben dieses klassische Löffeln. Das muss ich wirklich ausgeben, dass ich bis zum Treffmoment wirklich hier den Schaft wieder neutral habe. Und jetzt beginnt der Schläger sehr stark in diese Richtung zu arbeiten. Dadurch wird die Kante hier unten sehr schnell und das erzeugt mehr Rückwärtsstrahl. Und damit du das besser vorstellen kannst, habe ich hier ein Schwimmpaddel. Das gebe ich mir hier rauf. Und das repräsentiert sozusagen meine rechte Handfläche, wo die hinzeigt. Und wie du jetzt hier sehen kannst, ich habe das Paddel hier seitlich am Griff drauf. Einfach damit wir das ganz simpel halten. Und jetzt, wenn ich jetzt aushole, siehst du, dass ich mit dem rechten Handgelenk etwas dorsal nach hinten beuge. Das heißt, ich kann meine Knöchel sehen. Falsch wäre es so, dass ich das Paddel sehen kann. Ich sehe die Rückseite an meiner rechten Hand. Und jetzt teile ich mir die Zeit ein, dass ich bis zum Treffmoment wieder in die Originalstellung zurückkomme. Also von hier wieder zurück. Das heißt, ich biege das Handgelenk wieder in diese Richtung. Und nach dem Treffmoment in diese Richtung weiter. Das heißt, das teile ich mir jetzt ein hier bis hier. Und jetzt geht es in die Richtung. So, und jetzt kann ich hier das Paddel auf der Innenseite sehen. Und das wäre im Prinzip nichts anderes jetzt wie die Schlagfläche. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel nur mal so hier übe, mit dieser kleinen Bewegung hier, dann siehst du, was ich meine, dass der Schläger hier richtig schön übernimmt. Und damit kann ich auch hier eine wunderschöne Beschleunigung machen. Und das gibt wunderschöne Backspin. Das heißt, das ist etwas, was du ein bisschen üben kannst. Du kannst natürlich auch mit einer offenen Handfläche üben. Du brauchst jetzt kein Paddel. Aber das Timing ist sehr wichtig, dass du eben nicht zu früh das machst. Auch nicht zu spät das machst. Ich würde jetzt wirklich hier genau da im Treffmoment hier beginnen, die Watschen zu gehen, wie wir in Österreich sagen. So ein bisschen palmar hinauf zu beugen. Dann kann ich das mal nur mit der rechten Hand machen. Hier ein paar Mal vom Gefühl hier. Und du wirst merken, wenn du es mit einer Hand machst, dann geht das oft schon sehr, sehr gut eigentlich, wenn man hier das Gewicht weit genug links hat. Und das tue ich jetzt hier nur diese Bewegung machen. Ja, den habe ich auch fast eingeloggt. Aber ich habe auch hier gemerkt, sogar mit einer Hand, dass ich sehr viel Backspin bekommen habe. Eine super Übung, mit einer Hand das zu machen. Ja, und wenn du das ein bisschen jetzt im Gefühl hast, dann kannst du auch ruhig mal hergehen und das mit zwei Händen machen. Das heißt, ich hole hier aus und versuche, wie dem Treffmoment das wieder mit dem Handrücken richtig zu machen. Und gehe dann hierher. Das ist Overtaking. Und du wirst auch wirklich spüren, wie du dann mit dem Bounce, mit der Sohle vom Schläger, den Boden gut triffst. Und das garantiert dann einen guten Treffer. Ich bekomme dadurch auch Geschwindigkeit hier. Und das gibt mir eben etwas Backspin und guter Schläger. Und, ah, wieder fast ins Loch. Aber auf alle Fälle, du wirst sicherlich diese Schläge aggressiv ausführen, nicht defensiv. Einer der häufigsten Fehler, wie gesagt, bei Hobbygolfern ist, dass sie dann hier zum Zögern anfangen, vorsichtig, arbeiten, dass sie zu lang ausholen. Und sei ruhig aggressiv bei diesen Schlägen. Du musst mutig sein. Du musst wirklich hier ein bisschen was machen. Du siehst auch, dass ich mit den Händen sehr nah am Körper bin und nicht lange weit durchgehe. Das ist auch etwas, was nicht gut funktioniert. Zack, kurz. Und einfach ein bisschen trainieren diese Schläge. Wenn du die trainierst, wirst du merken, wirst du sehr schnell sehr viel besser. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie stelle ich mich im kurzen Spiel überhaupt hin. Da habe ich ein Video gemacht vor kurzer Zeit. Das solltest du dir bitte anschauen. Und falls du das jetzt hier oben nicht sehen kannst, dann habe ich auch unten noch einen markierten Kommentar bzw. in der Beschreibung gebe ich auch noch einen Link hin, da kannst du das anschauen. Also, bis dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss. burnere ZEB burnere ZEB burnere ZEB burnere ZEB ента